Wir wollen einmal Pasta herstellen und noch einmal den Brunch. Okay. Gut, das tut's auch. Also Spaghetti. Äh, da. Ich brauche eine Tomate, ich brauche Gewürze und ich brauche Pasta. Für Pasta brauchte ich Teig und Butter. Für Teig brauchte ich Salz und Wasser und Mehl. Pasta. Du erinnerst dich? Äh, kann sein. Ist mir aber auch gerade ziemlich egal. Komm, Stanktum. Genau, ich tippe Wasser einfach hier rein, genau. Water. Und Mehl. In a Mixing Bowl. Gib mir den Teig. Dann brauche ich Butter, die müsste sogar noch im AI sein. Im AI. Kein Signal mehr. Ich habe den Ding replacen müssen mal wieder, weil der irgendwie nicht craften kann. Aha. Ja, nix. Aha, es ging nicht. Moment, ich habe die... Ich muss die... Geht das jetzt? Okay. Du brauchst Cans? Haben wir nicht noch Cans? Hm, wir haben noch Lava Cans. Oh. Kannst du auch Salz machen. Und doch Wachs dürfen wir ja haben. Ja, ich brauche aber Alu-Cans. Brauchst du noch mehr oder kann ich jetzt wieder ran? Ja, du kannst wieder. Okay. 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 War das auch in der Mixing Bowl? Ich glaube, ja. Und dann noch Milch und Dreck. Wo kriege ich jetzt am schnellsten Milch und Dreck her? Ah, wir haben ja einen schönen Dreck-Tank. Und scheinend nimmt der sich direkt sowas an. Haben wir nicht immer noch die Lava-Zelle als Einzelne? So ist es. Gut, ich habe auch eine als Lava-Zelle vorinfiguriert gehabt, meine ich. Wo ist denn die hin? Weil jetzt wieder jemand dekonfiguriert. Ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich meine, es sind uns denn die Zellen, die wir hier unten drin haben. In den Drives. Oder nicht. Sollten. Schmeiß jetzt irgendwie hier Flüssigkeiten rein. So. Egal. Ich habe gerade so viel mehr im Evental, ich muss jetzt erstmal ausleeren gehen. Ich habe 8 halbe Herzen. Ich habe irgendwie 12 und Viertel Herzen wahrscheinlich. Raum 350. Ohne mitkommen. Na, reicht nicht ganz. Übrigens, es gibt verdammt viele Quests zum abgeben. Ich weiß. Die kommen alle neu dazu wieder. So, hearty breakfast. Nourishing feast. Jaja. Ich brauche irgendeinen Saft, ich brauche Brot. Das habe ich schon. Ich glaube, ich habe sogar noch... Nice. Die brauche ich, dann nehme ich die mit. 1000 Ritualstones, was? Ach, das ist nicht weiter. Brauchst du die? Sind diese Leafy Fish Sandwich eigentlich aktuell oder kann man die rausnehmen? Äh, wenn wir hier drin sind, kannst du haben. Ne, ich meine hier im Quest-Ding da. Da ist vorwiegend Holz drin. Im Quest-Ding? Hier hinten. Ähm, ja, die gibt's und die ist schon fertig. Okay. Dann kann ich jetzt hier die Bälle reinpacken. Select-Task so rum. Äh, Sealed Stone? Ach so, Sealed Stone. Sealed Stone, ja. Ja, da haben wir keine mehr. So, meine Balls sind auch fertig. Gut, das Glas soll jetzt auch durch sein. Hat und Sonoway ist aber egal. Martin, wir kämen wir extrem schnell voran. Ja. Ja. Hehe. Kleine Störung. Wo? Hm, was? Nein. Oh, warum ist da der Deckel zu? Hm, Deckel? Von der Smeltery. Weiß nicht. Oder? Ach nee. Das, ich schmelze ja gerade genau das Zeug ein. Ach so. Äh, schön. Echt? What the fuck? Das sieht irgendwie witzig aus. Mhm. So ganz leicht. Okay. Sollen wir die Quests mal holen oder machen wir es am Ende der Aufnahme? Äh, wie? Du meinst die Belohnen oder? Ja. Ja. Machen wir doch erstmal alles fertig was wir so haben und dann alles auf einmal annehmen. Ja, gut. Da gibt's noch einiges was wir machen. Das sind jetzt halt insgesamt 51, ne? Also... Ich mach... Ich mach... Ich hab... Ich... Also meine mach ich und nehm sie auch gleich an. Also... Deine... Euer wahrscheinlich nicht. Hell's Kitchen ist es completed. Da hab ich jetzt... Für mich sind's noch 28 immer noch. Also... Sagen wir so. Also für mich sind's noch 28 die ich noch machen muss. Also... Ja, aber Hell's Kitchen hat noch nur 9. Ach, das hab ich mir noch jetzt noch nie... Insgesamt! Ach so... Hör dir selbst zu! So, die Vorderhautigen nehm ich jetzt alle an. Ja... 2 in. Oh. Die End haben wir doch schon was. Ja, wir dürfen wieder. 5 Star TF. Wo sich jetzt mir das Inventar nicht sofort vollläuft. Ach so, wo ich grad'n denke. Wir können ja Enderkuchen backen. Enderkuchen. Toll. Kuchen mit Ender? Ja, ich muss nur überlegen wie der genau heißt. Guck mal auf Enderkuchen. Nicht ganz. Ist doch obvious. Endercake hier. Ja. Mh. Mh. Hoi. Enderblocks. Die jeweils 400 Pearls brauchen. Davon 6... 6. 363 Leben. Kann man hier mal zwei Kuchen machen? Wir brauchen hier für den einen Kuchen zwei Kuchen. Nein, ich muss Taschen öffnen. Okay. Was? Wir brauchen hier einen Kuchen zwei Kuchen. Ja, also für den einen Enderkuchen machen wir zwei Normalkuchen hoch. Hier kommt ganz viel Wunderkram reingeschwappt. Mhm. Du spams mich grad so minimal zu. Ich bin da minimal ungehalten drüber. Ja, fresse. Fress dein Kuchen selber. Ja, schmeiß das eben hier zu. Anstatt dem Terminal ist ja auch egal. Ja, im Terminal bin ich grad raus. Aber ganz viel Infused Stone. Und zwar ganz, ganz viel. Also 16 Stück von jedem. Damit hab ich wieder genug, ähm... Ja... Shards für ne Weile. So, Monster Hunter. Ich muss ein paar Viecher killen. Wo ist nochmal die Magnum Torch zum Abreißen? Ähm... Irgendwo, ich glaub direkt drunter. Direkt drunter? Ja. Ich brauch einen Milcheimer. Hm. Wo meinst du jetzt wo drunter? Auch die spawnen schon. Geil, ich hab nen grünen Herzkanal gekriegt. Boah, die brauchen wir auch noch. Apropos, warum sind mir eigentlich nur rote Herzen angezeigt? Strange. Wahrscheinlich, weil ich nicht genug gegessen habe. Oh, da sind viele Wisps drin. Ja, da sind sehr viele Wisps drin. Das Blöde ist, die kriegst du ja auch nicht raus, außer durch Lava. Dann wollen wir gleich mal reinspringen. Ich hoffe, ich werd mich verrecken. What's new in OpenBlocks? Wir haben sogar ein Buch gekriegt. Ne Kram, ja, ja. Ja, find ich alles doof. Kommt in unsere Bruchkiste. Okay. Was? Die ist ja... Alter Schwede sind da viele. Hui. Ja, unsauber gearbeitet. Ja, da scheint irgendeine Not nicht so glücklich zu sein. Ich weiß nicht welche. Ich weiß nicht, ja. Äh... Ja, wünsch mir Glück. So, die Kühe muss man doch eigentlich auch von der Hand melken können, kurzzeitig. Kann man eigentlich auch. Ja, kann man. Hab ich erst gerade erst gemacht. Mal. Also, eine Kuh. Okay, weil... Ich krieg hier irgendwie nur zwei... Doch, sind doch... Hä? Ja, gut, 16. Klar. Ich geh auch mal die Notes durch und schau mal, ob ich noch irgendeine böse Note finde. Die Pale Notes sollten aber keinem was antun. Ne, Pale Notes sind einfach nur... Schwach. Genau. Die ist sogar pure, da sollte nichts mehr passieren. Im Gegenteil. Hm? Wo geht's hier rauf? Da hinten. Oh. Ah, Step Assist ist gefährlich. Die ist normal. Die ist normal. Die ist normal. Die ist auch normal. Auch normal. Hm, seltsam. Von hier außen sehe ich keinen Grund, warum wir so viele Whids spawnen sollten. Weil so eine Flugsanzeige existiert ja auch nicht mehr, also ich könnte gar nicht sagen, ob irgendwas... Und eine Aura Note da innen drin sehe ich auch keine, also... Keine Ahnung. Für mich seltsam, naja. Vielleicht ist es einfach eine unglaublich winzige Rate an Viechern, die spawnen würde. Es sind aber ganz viele, weil die eben nur da spawnen können. Das kann gut sein, ja. Oh, cool. Der Wisp hat mich vom Runterholen begehrt dann. Wie nette die hier doch sind. Hm? So, ein Apfel. Verkrustet mit 8 Goldblöcken. Ich stelle mir gar nicht vor, wenn man diese 8 Goldblöcke einfach um diesen Apfel rumquetscht. Doch, mach doch mal. Hier. Was ist das? Oh, ganz viele Goldblöcke. Nein, das ist ein Apfel. Oh, schade. Ich habe mir doch noch ganz viel Gold. So. So. Wo packe ich den Enderkuchen am besten hin? Ähm. Was kann dieser Enderkuchen? Kann er deinen Mageninhalt woanders hin teleportieren, oder wie? Das wäre schon eine coole Fähigkeit, nicht? Nicht, wenn man Hunger hat. Ich frage ich es bei ihr Walrosse. Huch. Zwischen die Walrosse. Das geht nicht. Die nehmen... Doof. Hätte ich machen können. Egal. Ich glaube, man kann nicht mehr abbauen. Äh. Sollen wir dann essen, oder? Ich glaube noch nicht. Okay. Weil sowieso aussieht eh nur ein Stück übrig ist, also. Okay. Aber das ist ein Kuchen, der sich langsam wieder auflädt. Wir brauchen 1.000 Quadruple Compressed Dirt. Lass mal abwarten. Das sind 6 Millionen Dirt. Das war schnell gerechnet. Ja. 1 Quadruple ist 6.000 noch was. Ach so. Wir brauchen also mehr Dreck. Viel. Viel mehr Dreck. Wir haben keinen Dreck mehr. Äh. Ist ja nicht so, als würde die Dreckproduktioniert nach Hochtouren laufen. Ja, ich weiß. Aber die ist viel zu wenig. Ich glaube, wir müssen dann noch 2-3 Mal so ein... Ding machen. Ich meine, das sind 4 und... Andere, bessere Wege für sowas. Was? Also ich wüsste keinen... Warte mal, schauen wir mal die Rezepte von Dreck durch. Wir könnten's casten. Von Moldenthal. Gut, das macht keinen Sinn. Ähm... Und das war's. Geil. Das ist der einzigste Weg an Dreck zu kommen. Diese Aussage... Hm. 1.000 Sticky Pistons. Ähm... Warte erstmal, bis wir die Schleimquests durch haben. Weil die ist, glaube ich, ein bisschen was wichtiger. Chocke. Oder? Ne, eigentlich... Eigentlich ja nicht. Ich darf nur denken, welche Quests noch dran, aber offenbar... Ist die ganze eigenständig und autark. Das ist der Autopade der Gejr. Und was fehlt uns jetzt eigentlich noch? Der Autopade der Gejr. Okay. Zum Beispiel, ja. Die fehlt uns noch viel. Hm. Das wäre nicht noch Holz Lügen Hm, achso Ja, ja Ach, der Kerl vom Klo, ich erinnere mich Was? Ein Celebot klingt so, wie der eine der da mit Ökopapier sich behandelt hat Achso, okay Ich finde es interessant, dass eben 18% learning to sky breakfast, weil ich mir erinnere, jetzt ein 16% Hm Macht Sinn, ne? Ja Hey, was macht jetzt der Enderkuchen eigentlich? Enderkuchen sein Du kannst ihn ja mal probieren, aber auf eigenes Risiko Ach, der portet dich dann drumrum, oder wie? Keine Ahnung Ebenso, kein Plan Ja, aber der ist schon angefressen Ne, der war so Ja, eben Achso Du kriegst nur eine Scheibe da raus Hm Mal von mir aus, versuch's Oder lass es sein Hm Hm Also reizen willst du mir schon? Äh, dann... Leute Was denn? Ich mach das einfach Weil ich hab ja meine, meine Flugcore am Rücken Hm, was denn? Ich kann ja fliegen, praktisch Achso Also wenn ich geportet werde, ist nicht schwimmen Also Flugkorn machen Schweben Ich hab grad keinen Hunger Geil Und ich werde wahrscheinlich noch die nächsten 20 Minuten keinen Hunger haben Weil ich grad, ähm Weil ich grad auf ein halbes Auf einen halben Hungerbalken das, ähm Das, ähm Hearty Breakfast gegessen hab, was dieses Nourishing Feast ist, also Ja Ja Okay Hey Alter Gerade noch so Hm Bin gerade noch unten Ganze dazu Alles geplant Was hast du eigentlich nach mir geworfen? Ein Scroach Brick Achso Okay Warum wirfst du Steine auf mich? Weil es geht Und wir brauchen Recht viele davon Hey, nein Die Eikons sind so klein bei mir 16, das heißt 64 Scroach Bricks brauchen wir Ähm Hab ich die da unten schon abgebaut? Weiß ich gar nicht Hab ich nicht Gut Ist leer da, ist leer Wunderbar Bleib mal kurz stehen Hi Nein Achso, die Teile sind da, also okay, dann geht das Ich kenn dich halt nur, also Hehehe Jaja, ich weiß Ich weiß nicht, ich weiß, es musste prügelt noch sind alle weg nichts verdient was nächstes alles in ordnung alles wunderbar so willst du dabei sein wenn ich noch mal hier infuse oder ja moment gleich ich muss erst mal gott briggs automatisch produzieren lassen ob ich jetzt von allem genug habe vor allem genug davon genau brauche ich zwölf eis in welchem behälter ist das eis gelandet da hinten ne hier 16 eis habe ich okay und zwölf wasser ich habe 13 das passt jetzt